um noch nicht der Spieler wieder mein Kraft ein Mensch hat aber nicht mehr die Beobachtung auf die Beobachtung vorhanden warte mal mit nennen um Warte mal, ich möchte ja... Herr, was ist denn mit meinem wunderschönen Typ passiert? Wo ist er, warum ist er weg? Warum ist mein Star-Lord nicht mehr da? Weißt du was? Ihr seid doch alle... Dann bin ich jetzt eben... Was bin ich denn dann jetzt? Dann bin ich eben... ein Komponist so... Hier, der Komponist läuft... Nun ja... Auf jeden Fall... Wie dumm das aussieht... Nein, ich kann auch nicht der Komponist sein... Warte, 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 warte... Also ich muss hier kurz mein Kind ändern, das ist... Das ist so süßig... Mit dem Steve, so ein wenig in der ganz tolle altmodische Steve... ne, easy, easy, Steve... Ähm... So, was? ich wollte vorab ich hatte in der letzten Folge wenn ich ein Bett in der letzten Folge aber irgendwann hat man ein Bett gebaut und hatte auch warte mal einen Hasen getötet und nein nein äh ein kurzes Video von ja Minecraft ich habe schon ein kleines Schloch reingebaut eine kleine Mine habe ich jetzt gebaut eine kleine wir waren ja schon da oben bei den Bergen wir waren auch schon dahin bei Friedrich ach so der hieß übrigens Friedrich ich weiß nicht ob ich das schon erzählt hatte wie der heißt auf jeden Fall hat der Typ hier auch irgendwelche Schilder geschrieben ich bin der gebildete Friedrich das ist sehr schön ich habe ihn noch nie gesehen aber egal und jetzt gehen wir mal in diese Richtung und gucken uns mal an was denn hier so abgeht äh in der Richtung und ja da ist ein Hauserino okay ein Hauserino ich habe mich langsam gewünscht meine komische Leute trifft also okay wer ist das dann also der gute ähm wer bist du dieses wer bist du hab nicht ich dahin geschrieben vielleicht wohnt ja noch ein Typ hier vielleicht wohnt ja noch ein Typ hier der irgendwelche Nachrichten schreibt vielleicht ein Kunde dieses Herren dessen Name Reinhold ist der möglicherweise ein Schmied ist er hat auch sehr viel Diamantrüstung hier und sowas ne okay okay tschüss dann frage ich dich jetzt nochmal dann frage ich den jetzt auch wenn es noch einen anderen gibt der wer bist du gefragt wird dann frage ich den jetzt auch nochmal noch ein zweites mal noch ein zweites mal wie du dahinter ein frage zeichnen nicht so genau wie beim anderen aber egal dann haben wir also wieder nur Nachbar gefunden Leute nicht dass mich das stört aber wahrscheinlich werde ich den Namen irgendwann nicht mehr können weil die alle ganz komische Namen haben ne ähm Herbert Uschi Reinhold ne das ist nun ja Friedrich auch noch dazu es sind wirklich sehr viele Leute und und wahrscheinlich finde ich nicht zu meinem Haus weil ich auch doch hier ist das hier ist das Portal wo wir nachher im Land der Hexen was wo rein wo ich dann noch rein erinnern könnte wo wir dann da eben reingejumpt sind aber wir gehen ja nicht rein jetzt äh das ist auch ein komischer Back hier das ist hier irgendwie die Erde irgendwie festklebt und keine Ahnung ähm ja ja so viel zu ähm adventures minecraft mystery kommt heute auch noch das heißt ich nehme die beide am gleichen Tag auf ob ich doch beide hinternommen dann weiß ich nicht wahrscheinlich eher nicht ja wenn es euch gefallen hat dann macht einfach das was ihr immer tut wenn es euch gefallen hat nämlich gar nichts oder gibt auch einen Daumen hoch oder abonniert mich könnt ihr gerne machen oder wenn ihr keine Lust darauf habt dann lasst ihr es eben bleiben ne äh äh dann sage ich mal ciao und bis zum nächsten mal Leute aus bis zum nächsten mal